Borussia Dortmund konnte sich im Viertelfinal hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid zumindest mal die Chance aus Weiterkommen wahren, indem man nur mit 2 zu 1 verloren hat und dieses Spiel gibt es jetzt in der Analyse. Grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass es der BVB schon relativ mutig angegangen ist. Gegen den Ball hat man situativ hoch gepresst wie hier, aber man hat sich dann auch mal fallen lassen, dann ein 4-1-4-1 Mittelfeldpressing gespielt wie hier. Die Flügelspieler haben jeweils den äußeren Innenverteidiger von Atletico attackiert, sobald er den Ball hatte, in dem Fall rechts Adeyemi, falls der Ball dann auf der anderen Seite war, dann wäre es der Ball nahe Jadon Sancho gewesen. Und auch hier sehen wir nochmal ein bisschen tiefer, klares 4-1-4-1 mit Emre Can als 6 zwischen Abwehr und Mittelfeldreihe, während wir hier aber auch sehen wie es Atletico angegangen ist. Klarer Dreieraufbau wie gerade gesehen und meistens im Ballbesitz ein 3-2-5. Allerdings hatte Atletico im Vergleich zum BVB nur relativ selten den Ball und wenn man gefährlich wurde, dann meistens nach eigenen Ballgewinnen, also nicht unbedingt aus dem eigenen Ballbesitz. Deshalb schauen wir jetzt vor allem darauf, was der BVB mit dem Ball im eigenen Ballbesitz gemacht hat. Da war es hier, sehen wir direkt nach Ampfiff, Emre Can, der sich von der 6 fallen lässt zwischen die zwei Innenverteidiger. Linksverteidiger Marzen schiebt Invers ins Zentrum und bildet dann eben mit Sabitzer das Mittelfeldzentrum, also ein klarer 3-2-Aufbau. Je nachdem war es auch teilweise ein 4er-Aufbau, weil Ria son tief geblieben ist, aber der ist dann oft auch hochgeschoben. Und das hat auch bei Atletico so ein bisschen für einen Zwiespalt gesorgt. Linker Schienenspieler Lino ist dann oft gependelt zwischen Mittelfeld und Abwehr und je nachdem war es dann halt eben ein 5-3-2 oder ein 4-4-2, was aber genau die zwei Formationen sind, die Atletico ja beide perfekt beherrscht. Und genau das sehen wir jetzt hier, Ria son ist hochgeschieben, beim BVB hast du somit ein 3-2-5 im Ballbesitz und dementsprechend hat es Atletico zumindest hier, wenn sie mal höher gepresst haben, gespiegelt. 5-2-3 und somit halt eben jeder einen Mann von Dortmund gehabt, den sie zugestellt haben. Um es dem BVB halt extrem schwer zu machen und genau das haben sie auch in der Anfangsphase definitiv erreicht. Aber der BVB hatte auch noch ein anderes Aufbaumuster, das später noch relevanter wird, nämlich hier ein klares 4-3-3, das Atletico dann wiederum meistens in einem 4-4-2 zugestellt hat. Ich habe es gerade erwähnt, Atletico hatte definitiv Erfolg mit ihrem Pressing, wie sie Dortmund zugestellt haben und genau das hat ja auch zum frühen Führungstreffer geführt. Hier haben wir wieder den Dreieraufbau, Can ist schon direkt im Aufbau zwischen die Innenverteidiger, Marzen ist schon inverse, der bekommt hier auch den Ball von Kobel. Ist vielleicht nicht optimal, dass er da Marzen anspielt. Marzen bringt ihn dann nicht perfekt, bekommt ihn halt auch nicht auf seinen starken Fuß. Und dann ist es auch Sabitzer, der vom Ball weggeht, der da, wenn er entgegenkommt, klar, das ist schwierig, das vorherzusehen, aber wenn er entgegenkommt, dann ist er auf jeden Fall da und nicht De Paul, der da mit ordentlich Tempo ankommt, gut presst und dann halt ins leere Tor einschieben kann. Und dann fällt halt auch noch das 2-0, ich weiß nicht, das Standbild hier sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, was da der Gedanke von Hummels war, Schlotterbeck bleibt dann weg und dann spielt das Atletico natürlich auch gut aus mit Grießmann, aber wenn man solche Fehler macht, dann hat man auf jeden Fall auch einen 2-0 Rückstand verdient. In Folge dessen, nach dem 1-0 schon, aber vor allem nach dem 2-0 war dann Atletico auch deutlich tiefer. Ich meine, das liegt in ihrer DNA, auch wenn sie mittlerweile deutlich attraktiver und offensiver spielen, da sie halt einfach nach Führung eher das Ergebnis verwalten und vor allem halt auf Konter lauern. Dementsprechend ist auch der Ballbesitzanteil von Dortmund gestiegen, Atletico hat nicht mehr allzu hoch gepresst und so kam Dortmund dann auch langsam mal an den 16er von Atletico, was halt zu Beginn überhaupt nicht der Fall war. Hier sehen wir nochmal den 4-2 Aufbau, Ria Son Tief, Marzen wieder zentral und Can als Innenverteidiger. Allerdings hier in der 27. Minute hat es Terzic dann komplett umgestellt, eben dauerhaft auf dieses 4-3-3, das wir vorhin schon teilweise gesehen haben und das hat auf jeden Fall funktioniert, wurde mit der Zeit immer besser. Ich meine, seit man es umgestellt hat auf das 4-3-3 war man dann auch deutlich aktiver, hat es erstmals geschafft die Chancen rauszuspielen und dann auch öfters festzusetzen am Atletico-Strafraum bzw. in deren Hälfte. Und das kann man natürlich nicht nur auf die Formation im Ballbesitz zurückführen, klar Atletico stand auch tiefer, aber es war auf jeden Fall so, dass man ein verbessertes Spiel erkennt hat. Auch gegen den Ball hat man zur Halbzeit dann umgestellt, mit Julian Brandt kam ein offensiverer Spieler, man hat dann 4-4-2 gegen den Ball gespielt. Einfach um nochmal ein bisschen mehr Zugriff zu haben, vorne zwei statt nur einen Anläufer auf die drei Atletico-Aufbauspieler. Und dementsprechend wollte man auf jeden Fall nochmal rankommen und hat das dann letztendlich auch geschafft. Auch dank dieser Struktur, die wir hier auch nochmal näher sehen in der Hälfte von Atletico. Und zwar war es oft, dass es ein relativ flacher Viereraufbau war, dass die Außenverteidiger relativ weit ins Zentrum gerückt sind und dann die Flügel trotzdem eher die Breite gehalten haben. Du hattest dann die zwei Achter, die jeweils in den Halbräumen waren und es hat einfach echt gut funktioniert. Gerade mit den Außenverteidigern konntest du dann oft gut um den Atletico-Block herumspielen. Und auch hier nochmal ist es etwas tiefer im Aufbau und da hat es Atletico nicht mehr geschafft, so wirklich Zugriff zu bekommen. Sie haben es dann meistens wie hier im 4-4-2 gespielt gegen den Ball. Aber das war halt ehrlich gesagt nicht die ideale Lösung, um Dortmund am Aufbauspiel zu hindern, dass sie in die gegnerische Hälfte kamen. Du hattest da oft einen flachen Viereraufbau und hast dann die erste Pressinglinie gut überspielt. Und die Achter haben es auch ziemlich aktiv gemacht, gut mitgeholfen und so kam man dann weiterhin zu Chancen. Und dann auch zum Ausgleich, wie hier, man konnte wie gesagt gut um den Atletico-Block herumspielen. Aber wenn es sich mal angeboten hat, konnte man auch linienbrechende Pässe durch Atletico hindurchspielen im Zentrum. Da ist es hier beim Dortmunder Tor tatsächlich Emre Can. Der spielt linienbrechend auf Sabitzer, der leitet weiter auf Brandt, der dann ein bisschen glücklich zu Allaire durchsteckt. Aber letztendlich hat man es auf jeden Fall geschafft, sich so mehrere Chancen rauszuspielen. Das war der Anschlusstreffer, aber man hatte ja dann noch weitere Chancen. Beino Gittens trifft die Latte, Julian Brandt ebenfalls. Und es war auf jeden Fall eine klare Verbesserung zu sehen und wird interessant sein, wie man es im Rückspiel angehen wird. Und ob Atletico einen dann besser in der Chancenkreation hindern kann. Vom Spiel her muss man sagen, defensiv war das natürlich überhaupt nichts. Man hat Atletico einige Großchancen gewährt. Kobel hat Dortmund auch noch mehrfach gerettet. Und bei mir ist so ein bisschen der Vergleich naheliegend zum Atletico-Hinspiel gegen Inter Mailand im Achtelfinale dieser Saison. Da haben sie auch nur 1-0 gegen Inter verloren. Hätten eigentlich höher verlieren müssen. Und haben es dann im Rückspiel im eigenen Stadion gedreht. Vielleicht macht es ja jetzt Dortmund. Ich würde es extrem gerne sehen. Aber es wird auf jeden Fall extrem schwierig. Ich drücke die Daumen, mal schauen was wird. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne auf jeden Fall ein Like oder Abo da. Und ansonsten haut rein und ciao.